Ein planetarisches Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal und Leute, heute bin ich wieder Steve. Toll, oder? Bisschen, da war ich letzte Folge noch in genialer Superschorke. Achso, zur letzten Woche, äh, Folge. Der Ton da war, wie ihr sicherlich bemerkt habt, etwas verschoben und ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte, aber es tut mir mega, mega leid. Ich hoffe, das passiert nicht noch einmal und, äh, ich hoffe, ihr könnt mir da einfach verzeihen. Aber jetzt bin ich wenigstens nicht mehr dieser komische, böse Typ, sondern wie der ganz lieb, ne? Ja, Plenty. So, und Leute, wir müssen uns unbedingt jetzt ausrüsten und aufpassen, dass nicht mehr so ein Zwischenfall passiert. Ja, Leute, das war schon ziemlich Mist. So, erstmal ziehe ich meine Rüstung wieder an. So, sehe ich alles mit Nachtsicht. So. Gibt es irgendwie noch Sachen, die wir nehmen können? Okay, nein. Unser Haus flicken lohnt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr. Aber, demnächst ist der finale Kampf und, was danach passiert, weiß ich auch nicht. Essen haben wir auch noch genug. Hier unsere ganzen Mineralien. Wir können hier noch ein paar Sachen spawnen. Und das wäre, glaube ich, ganz cool, mal die Lucky Potions einfach mal werfen. So. Gleich gehen wir auch noch zu Professor Einstein. Aber ich möchte mir noch mal heute den Schaden angucken, den wir angerichtet haben. Beziehungsweise ich angerichtet habe. Quazi, ich nehme dich lieber mit. Ich habe Angst um dich, wenn du hier alleine bist. So. Haben wir das. Dann spawnen wir hier zwei Ocelots drin. Das waren aber mehr als zwei. Leute, guck mal, Amaras Luftschiff, das vorher da, war weg. Ach, das kann man nicht mal mehr alles reparieren. Wo ist hier dieses Loch? Da. Hier ist dieses Bedrock-Gefängnis. So, dann spawnen wir mal einen Enderman. Weg. Eine Hexe. Weg. Wieso sind die weg? Wieso ist sie auf Peaceful gestellt? Okay. 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 Eine kleine Monster-Invasion haben wir gerade heraufbeschworen. Okay. Einen Feierdrachen brauchen wir jetzt nicht. Wir gucken uns lieber die, das war ja normal, das haben wir ja durch die Lucky Block so hinbekommen. Dann was haben wir hier, das ist ein Blockling. Oh, alles zerstört auch für den Weg, ist das so gut. Hier ist noch seine Truhe mit seinem Zeug drin, mit der, mit Riegel, den ganzen Drachen, sein Schwert, seinen Rüstungen. Leute, langsam neigt sich das ganze Projekt dem Ende zu. Dann haben wir hier, Marilla. Die haben hier was reingebaut. Die haben hier ne Küche, wie cool. Leute, wir hatten nie ne Küche. Sind die Kinder. Ach, die haben hier sogar ein Schlafzimmer reingebaut. Sehr schön, cool. Hübsch hier. Ja, ähm, das mit dem Eingang tut mir leid. Jetzt ist es hier richtig schön. Ja. Toll hier, toll hier, toll hier, toll hier. Ja, auf jeden Fall. Sagst du das gleiche? Ja, toll hier. Toll. Ey, die essen hier ja gerade Fleisch und sowas. Haben mich nicht mal eingeladen. Was ist das hier? Kebab? Die haben Kebab. Oh, okay. Ey, was ist hier? Oh, ne Mine. Oder ne angefangene Mine, Leute. Ha. Ein Eisen. Okay, brauchen wir nicht. So, dann... Wir gehen mal nicht durch die Tür. Hier ist Amaras Schiff. Dann bei Osirik. Wir haben sein Altar weggesprägt. Ich komme mit den Namen gerade durch. Tritts. Yacht. So. Dann hier. Kran von... Baum. Der Bob. Dann haben wir hier. Da haben wir jetzt mal einen Shop. So, es hieß Laden. Steht ja noch halbwegs. Hier. Da ist das... Das Portal ist zerstört. Und nein. Deswegen kann auch keine mehr... Kann keiner mehr hier hinten kommen. Was ist hier? Immer noch das. Ähm, das haben wir ja auch noch mal ein bisschen kaputt gemacht. Und hier. Professor Einscheid sagte ja in der letzten Folge, dass... Skylands da... Skylands da wäre... Oh mein Gott, sieht das cool aus. Skylands. Oh nein. Wir gehen mal grad das... Wetter wieder... Schön machen hier mit unserem Mega-Knopf. Oh mein Gott, das ist Skylands, Leute. Das ist so ein bisschen durch. Scheint wie cool. Wie so ein Sky halt. Und dann noch so grün. Oha. 12 Attack Damage. Wie cool ist das denn? Leute, wir nehmen hier nochmal alles Schwert heraus. Danach haben wir die nämlich nicht mehr. Wir haben Origin, Crystallica, den Zeitsturm und Skylands. Und wie verschieden die sind. Oha. Und diese müssen wir alle verwenden, um diese Mega-Waffe zu bauen. Ich wüsste gern, ist das dann auch ein Schwert? Komm, das drehen wir dann mal zu. Ist das ein Schwert oder sowas? So, okay. Professor Einstein. Starte bitte die Maschine, damit der Vorgang des ultimativen Schwerts beginnen kann. Also, es ist ein Schwert. Mit den legendären Schwert wirst du Atheon endlich besiegen können. Okay. Maschine wird gestartet. Leute, die Maschine startet endlich. Es ist soweit. Ich bin gespannt, wie lange der Vorgang dauert. Sehr gut. Ich geb dir Bescheid, wenn alles fertig ist. Geh übrigens mal wieder zu Ringo. Okay, mach ich. Äh, ach so, ja. Zu Ringo soll ich gehen? Okay. Leute, er gibt uns Bescheid, sobald der Vorgang abgeschlossen ist. Ich bin so gespannt. Dieses Schwert muss ja übel stark sein, um diesen Zeitherrscher, also Atheon, besiegen zu können. Da bin ich mal gespannt. Hallo Ringo! Äh, tut mir leid, wegen dem Schiff. Also, äh, ja, ich war ein bisschen komisch. Hey, Einstein hat mir alles erzählt und nun wollte ich helfen. Guck einfach mal in meine Kiste. Okay, dann bin ich hier zufrieden. Ich hatte immer noch... Was hat der eigentlich hier? Ein Mining Drill? Ähm... Ähm... Okay... Was ist das hier? Dieses Ding hier? Ach, damit können wir unsere Rüstung bearbeiten. Das finde ich aber nicht. Und hier ist seine Kiste und... Item. Traymix. Nyan Pig Loungeer. Name. Äh... Leute... Wie cool ist das denn? Guckt euch mal diese Schweine da an, die da gestapelt sind. Wie cool sieht das denn aus? Leute, okay. Was macht das? Hä? Was war das? Jetzt ist hier ein Schwein. Nein, ich hab's leer geschossen. Äh... Kann ich euch... Ähm... Ringo, äh... Entschuldigung. War ich nicht. Äh... Sorry. Ähm... Leute, wir haben gerade... Das kaputt gemacht. Und... Atheon Armee? Leute, ich hab Angst. Atheon hat ne Armee? Oh! Er hat Villager. Oh mein Gott! Ich dachte, er hätte ne Armee. Er hat Villager. Wenn das seine Armee sein soll. Er hat einfach Villager. Wie soll... Leute, ganz ehrlich, was ist das? Will ich's überhaupt wissen? Und Leute, ich wollte mich unbedingt auf die Suche eigentlich machen, wo Atheon uns umgewandelt hat. Diese Maschine müssen wir z... stören. Was ist das? Oh Gott, Leute. Äh... Planet unterstrich Klon.exe? What? Das sind Klone von mir. Einer fehlt. Das ist wahrscheinlich der, den wir besiegt haben. Wie viele sind in der Reihe? Eins... Zwei... Drei... Vier... 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 6... Sieben... 8... 9... 10... 11... 12... 13... 14... 15... Auf fünf Freien... 15... 30... 45... 40... 60... 75... Das ist Atheons Armee? Ehe? Okay. Wollen wir ein paar zerstören? Also, ich fände das glaube... ... Wollen wir ein paar zerstören? Also, ich fände das glaube ich, dass wir ein paar zerstören. Also, ich fände das glaube ich, dass wir ein paar zerstören. Da workieren. Ich fände das auch. Ich fände das glaube ich, dass wir ein paar zerstören. Ich fände das auch. Ich fände das doch auch. Ich fände das auch. Ich fände das auch. Ich fände das aber auch. Vielen Dank. 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 Wenn ihr eine Idee für einen Plan habt, um Atheon zu besiegen, und diese Armee zu besiegen, schreibt es, Plen, zu Prof. kurze Zeit, und wir haben, Hat der noch ein bisschen was zum Spielen? Ah! So, hier kriegt er einen Kopf. Und Feuerwerk. So. Ähm, guck mal, Pliny, du kriegst einen Kopf, kriegst hier sogar Feuerwerk. Guck mal, wie schön das aussieht. Bam, 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 bam. Warte, das ist nicht eigentlich für Kinder, aber hier kriegst du zehn Stück, ja? Und, ähm, ein bisschen Eisen, ja, sei so gut, und, äh, die Spitzhackelkrieg ist auch geschenkt. Und, äh, viel Spaß damit, ja? Ja, einverstanden, sehr schön. Gut, Leute, Leute, dann gehen wir wieder mal auf die Wurst, wie schon mal, so, nee? So, und, ähm, ich bin der von Fein gespickte, äh, LP Planet Steve, LP Steve, ne? Ihr kennt mich ja. Und, ja, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn's euch gefallen hat, könnt ihr natürlich einen planetarischen Daumen nach oben da lassen. Und ich rede hier auch schon wieder viel zu schnell. Und ja, wie gesagt, das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen traumhaften Tag. Haut rein! Und wir sehen uns im nächsten Video hier auf diesem Kanal. Bis dann!